Unsere Sicherheit ist Ihr Job. Ein Überfall, ein einziger Zeuge, eine Entführung. Der Junge ist krank, er hat Diabetes, ein hoher Grad, er braucht seine Spritze. Doch dann entwischt der Junge den Gangstern. Ich organisiere eine Großverhandlung. Und eine dramatische Verfolgung im Wettlauf mit der Zeit beginnt. Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei. Dienstag 20.15 Uhr bei RTL.